Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge bei Forever. Ich bin Chaos Lady. Heute möchte ich euch ein paar News, vielleicht auch Bewertungen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie lange das jetzt genau dauern wird. Das hat ja letztes Mal auch, glaube ich, ein bisschen zu lang gedauert. Deswegen, ich versuche mal ein bisschen schneller zu werden hier. So, erstmal zur Statistik. Ich bin jetzt bei 72% auf mein Upgrade, aber ich habe ein sechstes Upgrade bekommen. Ähm, ja, das heißt, ich habe 125% seit dem letzten Video dazu bekommen. Das ist heftig. Das heißt, da ist noch so viel von der Challenge übrig geblieben, dass jetzt nochmal abartig viel Prozente obendrauf kam, weil ich habe nur 30 Bewertungen durchgeführt. Also, ne, heftig. Mega krass. Also 30 Bewertungen durchgeführt, 125% obendrauf. Jo. Das kann nach einer Challenge mal passieren. Äh, wow. Ich weiß nicht, was da passiert. Es ist echt sehr, sehr krass. Das hatte ich noch nie. Also, wow. Okay. Upgrades brauche ich zwar nicht, ich brauche eher Einsprüche. Ähm, deswegen kommen wir gleich als nächstes zu meinen eingereichten Wayspots. Ich habe drei Wayspots eingereicht und zwei sind schon angenommen oder abgelehnt worden. Die sind am 15. und am 16. habe ich sie eingereicht. Ähm, also zwei am 15. und einen am 16. und ja, also Fahrradschilder werden immer noch abgelehnt, wie man sehen kann. Aber, na klar, Verteilerkasten mit Kunst, kein Problem. War jetzt auch nichts Kompliziertes. Ich denke mal, das Umgebungsfoto war schon astrein und super genial. Allein das hier ist, glaube ich, das Rathaus. Das wird auch ein Wayspot sein. Dementsprechend war es nicht so schwer. Ähm, ja. Aber die Fahrradschilder werden wieder abgelehnt. Sonstige Ablehnkriterien. Ungenauer Standort steht hier. Ähm, ungenauer Standort. Das ist ein bisschen komisch. Das ist, glaube ich, kein gewöhnlicher Ablehngrund für, ähm, dass der Ort irgendwie nicht übereinstimmen würde. Da hat vielleicht jemand auf Duplikat geklickt. Aber, ja, okay. Ähm, ich werde das, ich werde das nochmal genauer prüfen, ob ich da nicht einen Einspruch einlege. Weil das kann jetzt langsam echt nicht mehr sein. Ich, die Fahrradwegschilder müssen jetzt erstmal per Einspruch irgendwie durchgeprügelt werden. Das, langsam geht es mir dann doch auf den Senkel. Ich habe gedacht so, haja, vielleicht, ne, aber wenn das, äh, ne. Ne, ne, egal. Gut, genau. Einer ist noch in der Warteschlange übrigens. Das zeige ich euch jetzt natürlich nicht. So, in den News haben wir zwei Dinge. Zwei Dinge. Ähm, es gibt einmal eine Nachricht, ähm, zum, zum Roadmap. Und zu, zu den Dingen, die, äh, also man kann ja, man kann ja, ähm, Missbrauch melden. Und da gibt es jetzt auch irgendwas Neues. Genau. Wir werden diesmal nicht direkt reingehen und den ewig langen Text durcharbeiten. Ich bediene mich ausnahmsweise heute mal einer anderen Quelle. Äh, in der Telegram-Gruppe. Ähm, die Telegram-Gruppe hatte ich euch, glaube ich, schon mal genannt. Das ist die Valefairer Dachinfo. Und die haben das eigentlich schon so schön zusammengefasst und haben gedacht, ja, bediene ich mich jetzt heute mal. Damit das halt so ein bisschen schneller geht. So. Backlog, Reduktion und Bewertungsgeschwindigkeit. Ich habe am 15. was eingereicht. Es ist heute schon, ist heute schon durch. Das finde ich sehr krass von der Geschwindigkeit. Ähm, durch die Bearbeitung des, äh, toten Backlogs von 2021 durch Niantix selber wurden 600.000 Einreichungen angenommen, abgelehnt oder vielleicht sogar, bitte reichen Sie es nochmal ein, ja. Hatten wir schon mal. Ähm, ja, und dadurch wurde die Bewertungsgeschwindigkeit um 33 Prozent erhöht. Ich frage mich gerade, wie das sein kann. Wieso ist dadurch die Bewertungsgeschwindigkeit erhöht worden? Warum, wer, warum kommen diese Wayspots von 2021 durch den normalen Bewertungsprozess nicht mehr durch? Das, das möchte ich gerne mal wissen. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber gut. Nächster. Schlechte oder doppelte Einreichungen. Niantic hat ein System eingeführt, um automatisch schlechte und doppelte Einreichungen zu erkennen, bevor sie der Community zur Bewertung vorgelegt werden. Es scheint schon recht gut zu funktionieren, aber es wird weiter an Verbesserungen gearbeitet. Ähm, äh, doofe Abkürzung, ANM sagt mir gerade nichts. Eventuell kommen da auch die vielen Warnmails der letzten Monate her, dass man schlechte, ach, Anmärkung soll das heißen, okay, schlechte Einreichungen einsenden würde. Ähm, also ich habe keine Warnmails bekommen, aber ich reiche ja auch viel zu wenig ein. Von daher passt es. Von euch habe ich aber in der Richtung auch noch nichts gehört. Also sowohl auf meinem Discord-Server nicht und auch nicht in den YouTube-Kommentaren. Dementsprechend ist das jetzt vielleicht, vielleicht ist das auch gar kein Deutschland, äh, Thema, sondern eher in anderen Ländern. Aber finde ich gut, dass doppelte Einreichungen vielleicht dann doch durch einen Algorithmus, ähm, Automatismus vielleicht, äh, geregelt wird. Gut, als nächstes Einsprüche. Sie kommen nicht mit der Bearbeitung hinterher, deswegen gilt seit einiger Zeit wieder das First-in-First-out-Prinzip soll besser werden. Bin gespannt. Was das dann trotzdem, trotz, überlegt mal, Leute, die kommen nicht hinterher, obwohl man ja nur alle 30 Tage einen Einspruch einlegen kann. Ja, alle 30 Tage. Ich würde jetzt mal sagen, okay, na ja, dann müsst ihr halt diesen, äh, diesen Timer vielleicht noch ein bisschen höher setzen. Wäre vielleicht ganz gut. Ja, ansonsten, krass, ne? Also ich habe in letzter Zeit nicht einen einzigen Einspruch eingelegt, weil ich es nicht gebraucht habe. Bei den Fahrradschildern muss ich jetzt doch wieder drauf zurückgreifen, weil die Community anscheinend doch nicht weiß, dass das, äh, gute Wayspots sind. Da muss ich jetzt wohl erstmal ein bisschen, also ich werde wahrscheinlich so ein, zwei, drei Einsprüche machen für meinen Ort, damit die Wayspots drin sind und dann funktioniert es vielleicht besser. Weil man dann sieht, ah, okay, die und die Schilder wurden schon angenommen, äh, dann muss das ja doch richtig sein. So. Challenges. Überwältende, überwältige, überwältigende, überwältigende, 120.000 neue Wayspots wurden in zwei Challenges dieses Jahr schon kreiert. Ja, und gefühlt, äh, kommen jetzt einfach zig Wayspots eh ins System, weil, äh, das System sich geändert hat. Die Bots lehnen nicht mehr ab, sondern sie nehmen einfach alles an. Ja, okay, naja, okay, ähm, es soll zukünftig ein besseres System zum Tracken des eigenen Fortschritts in Challenges geben. Klar, hab ich schon gehört, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das schon euch erzählt habe. Es ist tatsächlich so, dass zukünftig auch öfters, ähm, ein eigener Fortschritt in Challenges geben soll und dass der halt auch angezeigt werden soll. Das, äh, das, äh, muss unbedingt rein auf jeden Fall und, äh, ich freue mich mega auf die nächsten Challenges und mal gucken, ob sich da, ja doch, äh, ein Welfaber-T-Shirt habe ich ja noch. Da könnte man auf jeden Fall nochmal so ein schönes Gewinnspiel machen. Die Geschenke, äh, die, die, äh, die Geschenkepakete sind alle rausgegangen. Julchen hat zurückgemeldet, dass sie es bekommen hat. Alle anderen haben sich bei mir, äh, ja, nicht gemeldet. Ich hoffe, dass sie angekommen sind, weil, äh, das wäre ziemlich traurig, wenn nicht. Gut, ähm, Kommunikation mit der Community ist mal wieder Top-1-Priorität für dieses Jahr. Ja, ich sag mal, geht ja erst mal noch, ne? Also, wenn man, wenn man keine Fortschritte macht, kann man auch nichts melden. Also, dementsprechend ist okay, was sie jetzt momentan zurückgemeldet haben. Das Forum soll bald ein, äh, großes Update, äh, erfahren. Da bin ich ja mal gespannt, was das genau bedeuten wird. So, Edits. Ja, Edits dauern in vielen Fällen zu lang. Oh ja, definitiv. Aktuell fokussieren wir, fokussieren sie sich, aber aufgrund der aktuellen Ressourcen, vorerst auf Einreichungen. Aha, schade. Auch hier soll das System zu schlechten und doppelten Beiträgen bald vom Einsatz, äh, bald zum Einsatz kommen. Ah, also dieses automatisierte System, das schon doppelte Einträge überprüft, soll dann auch hier bei den Edits zum Einsatz kommen. Okay. Anmerkung, es gab ja kürzlich 200 Entlassungen bei Niantic. Jo. Ähm, klar, könnte man jetzt auch, äh, ansprechen, dass vielleicht bei Welten im das wäre, äh, möglich. Aber gut, ähm, das ist reine Spekulation, das können wir jetzt schlecht beurteilen. Also, dass deswegen das jetzt wieder alles schlechter wird. Es hat sich jetzt gerade erst wieder besser angefühlt, aber mit dieser Anmerkung, ähm, habe ich das Problem, dass es jetzt vielleicht doch nicht besser wird. Okay. Nun gut. Nächster. Beitragsverwaltung. In den nächsten Monaten wird es hier keine Veränderung geben, aber hoffentlich vor Ende des Jahres. Ja, wir warten immer noch darauf, dass unsere Änderungen, Edits, in der Beitragsverwaltung angezeigt werden. Weiß nicht, ich habe so das Gefühl, es war, glaube ich, angedacht für dieses Jahr, aber ich glaube, die Ziele von Niantic Rayfair müssen noch ein bisschen weiter runtergesenkt werden, damit sie auch ihre Ziele erreichen können. Bewertungssystem. In den nächsten Wochen wird Niantic das aktuelle 5-Sterne-Bewertungssystem vereinfachen. Vielleicht auf 3 Sterne. Obwohl ja eigentlich ja mal angedacht war, dass sie, ähm, ja, nein machen. Selbst das ist auch immer bisher noch nicht gekommen. Außerdem soll das Melden von Missbrauch einfacher werden. Release soll September 2023 kommen. Zu dem Missbrauch kommen wir ja dann gleich. Dann Anti-Cheat. Oh ja. Schummeln ist auch in Wayfairer großes Thema. Deswegen habe ich auch gerade eben gemeint, die Bots nehmen momentan irgendwie alles an. Das ist zum Thema Schummeln angedacht. Oder, naja, angedacht. Das ist, das war so ein, so ein kleiner Teaser da drauf. In den nächsten Tagen werden neue Grundsatzrichtlinien und Konsequenzen für Missbrauch von Niantic veröffentlicht. Außerdem wird das System zum automatischen Erkennen von Missbrauch weiterentwickelt. Ja, bin gespannt. Da hat Niantic eine Menge vor. Äh, ne, ja, nicht nur eine Menge vor, sondern, ähm, das, das wird noch riesengroßes Thema. Weil da passiert momentan wirklich sehr, sehr viel. Kriterien. Es wird keine großen inhaltlichen Veränderungen bei den Kriterien geben, da es schwierig ist, neue globale, gültige Kriterien zu schaffen. Also liegt der Fokus stattdessen darauf, neue Wayfairer und neue Wayfinder besser zu schulen. Ist jetzt halt die Frage, wie die das machen wollen. Also da muss, da muss, also was, was bräuchte man? Man bräuchte vielleicht ein, ein System, das einem rückmeldet, hey, äh, dieser Wayspot, den du bewertet hast, da haben, keine Ahnung, 60, äh, 70 Prozent der Community gesagt, das ist ein Wayspot. Und du hast gesagt, ne, ist kein Wayspot. Damit man vielleicht auch besser, ähm, zu viel zum Thema Anti-Cheat, ne, dann könnte man ja besser, wie heißt es, äh, Missbrauch melden. Und man kann selber vielleicht auch besser werden. Also man könnte dann nochmal reviewen, hat man das richtig bewertet oder nicht. So, ähm, persönliche Anmerkung ist, hoffentlich kommen die größten, die gelöschten AMAs bald wieder zurück. Ähm, achso, die sind immer noch von der Webseite entfernt worden, ist mir nicht aufgefallen, aber ich achte auch nicht ständig drauf. Die Wayfairer App wird nix mehr dieses Jahr mit der Weiterentwicklung und Veröffentlichung, weil alle oben genannten Punkte erstmal wichtiger waren. Ja, soviel dazu, ne? Zu viele, ähm, Ziele und hochgesteckte Ziele. Na, Jentik muss da ein bisschen mal den Ball etwas flacher halten. Und außerdem werden manche Sachen einfach, äh, währenddessen sie versuchen, das Ziel zu erreichen, wird das, der Weg zum Ziel einfach größer. Ja, also ihr müsst es euch so vorstellen. Ihr habt ein Ziel und ihr wisst, ihr müsst dafür zwei Kilometer laufen. Plötzlich ist die Strecke gesperrt und ihr müsst jetzt zehn Kilometer laufen. So ungefähr sieht das, ähm, jetzt bei Niantic Wayfairer aus. Was, was die eigentlichen Probleme sind. Missbrauch, neues Meldeformular, genau. Mithilfe der Botschafter wurde an dem Umgang mit Missbrauch in Wayfairer gearbeitet. Neu, man kann im Chatbot, im Hilfebereich von Wayfairer, nun mehrere Tickets zur gleichen Zeit einsenden. Yay, also vorher konnte man immer nur ein Ticket einreichen, jetzt mehrere, sehr schön. Außerdem neu, die Niantic, ähm, Help-Shift-Artikelseite zum Thema Missbrauch wurde überarbeitet. Hier findet sich im unteren Bereich, nun auch außerhalb von Wayfairer, ein neues Formular, mit dem man Missbrauch melden kann. Okay, müsste ich mir vielleicht mal anschauen. Nichts sagt mir jetzt gerade nix, die Niantic, Help-Shift-Seite, also, äh, Support-Seite wahrscheinlich. Dass da, dass man da besser Missbrauch, äh, melden kann. Aber ich, außerhalb von Wayfairer, ja, ja, doch, das, das sagt mir was. Aber blöd, dass jetzt gerade der, der Link hier nicht dabei ist. So, dann aktuell werden diese Hilfen nur auf Englisch bereitgestellt. Es soll bald weitere Sprachen folgen. Da haben sie auch eine Menge vor, ne? Wenn man überlegt, wie viele Sprachen die da immer zur Verfügung stellen müssen. Das ist schon sehr heftig. Aber gut, ich denke, das ist doch mal eine interessante Info für euch, hoffentlich. Ich konnte damit schon mal einiges erreichen. Das waren jetzt leider schon 17 Minuten. Und trotzdem gehen wir mal in die Bewertung rein. Vielleicht vorher sogar noch in den Showcase, weil, ähm, ich hab da was gesehen und gedacht, ähm, ja. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Vom Foto her hätte ich gesagt, das ist kein Wayspot, aber vielleicht doch ein Wayspot. Eine Infotafel, okay. Und alles aus Frankreich, ne? Und natürlich ein Basketballplatz mit einem Fußballtor. Könnte aber in der Nähe einer Schule sein. Sieht aber hier auf dem Satellitenbild aber in Ordnung aus. Gut, das könnte also sein, dass heute sehr viel französisches Zeug kommt. Schade. So, tja, was ist das? Dieses Graffiti ist so lala. Hätte ich jetzt mal gesagt. Na gut, es geht doch Richtung Kunst. Es sieht so aus, als wäre die Wand schon vorher schon ziemlich ramponiert gewesen. Und darauf wurde dann halt drüber, äh, Graffiti, drüber gemalt. Ja, ich würde sagen, es ist ein Wayspot. Das Umgebungsfoto ist leider sehr, sehr schlecht. Da sieht man ja quasi gar nichts. Aber in Frankreich hat man meistens den Vorteil... Was ist denn das für ein Knudelhof? Äh, dass es hier Street View gibt. Dann geht man einfach da rein und dann findet man vielleicht den Wayspot. Ja. Oder auch nicht. Ich sehe zwar die gelbe Wand, das Wellendach und das Tor. Also ja, okay. Wird wohl so sein. Standort ist damit ermittelt. Historisch-kulturell, ja. Optisch einzigartig, ja. Sicherer Zugang, ja. Und das ist ein Graffiti. Vielleicht noch eine Zeichnung. Gemälde nicht, weil da ist kein Rahmen drum. Absetzen. Leider wieder Frankreich. Diesmal wieder ein Sportfeld. Easy. Das ist meistens so einfach zu bewerten, weil man das eben mal auf dem Satellitenbild super erkennen kann. Es ist kein Duplikat, also rein damit. Sport im Freien, Erholung im Freien, ja. So, was ist das? Also die Franzosen haben wahrscheinlich gemerkt, oh, endlich werden Wayspots wieder angenommen. Also reichen wir auch ordentlich ein. Ei, ei, ei. Okay. Könnte ein interessanter Punkt sein, wo mal was passiert ist. Und zwar 5. Dezember 2013. Eine Art Denkmalschild oder sowas. Joa. Ist okay. Kann man annehmen. Schauen wir mal, ob wir das Ding hier auch wiederfinden. Und vor allem, wie die Beschaffenheit von diesem Schild ist. Also das ist hier ein richtiger schöner Fußgängerweg. Da kommt man auf jeden Fall sehr gut hin. Ja, das kann man sagen, ist es sicher erreichbar. Und es ist auch der richtige Standort. Ein Hinweisschild, hätte ich gesagt. So. Fühlt sich an, als wäre das schon ein bisschen älter, weil eigentlich die Kategorien sind ja mittlerweile nicht nur optional, sondern Pflicht. Mindestens eins oder so. Bücherschrank. Auf jeden Fall ein Wayspot. Umgebungsfoto sieht okay aus. Mal sehen, ob wir das von der Ferne wiederfinden. Ich glaube, das ist noch zu neu. Das sieht man auch am Holz. Das Holz ist so hell. Das ist nagelneu. Und hier auf dem Umgebungsfoto sehen wir dieses Hinweisschild und auch diesen Zaun. Also dementsprechend sieht das sehr gut aus, dass das da hingehört. Jawohl. Hier sind keine anderen Wayspots in der Nähe. Bibliothek. Also das sage ich jetzt auch nur wegen dem Duplikat. Öffentlicher Bücherschrank. Ortsschild. Nein. Okay, das müsste jetzt Nummer drei oder sowas gewesen sein. Wegweiser an Wanderweg. Oh, Deutschland. Wow. Berlin. Äh, ja. Hm. Bahnhof, Zentrum, Freibad, Bollendorf. Nee, das ist kein Wanderwegsschild. Das ist zwar ein Wegweiser, aber der Wegweiser sagt nicht, hier ist eine bestimmte Tour, ein Rundweg oder sowas in der Richtung. Leider aus meiner Sicht kein Wayspot. Mal gucken, was hier noch steht. Wegweiser zum Zentrum Bahnhof, Freibad. Liegt an einem Wanderweg am Straßenrand mit kleiner Sitzbank und Mülleimer. Tja, das ist leider nix. Wenn da ein Wanderweg mit einem eigenen Namen drauf gewesen wäre, hätte ich es auf jeden Fall angenommen. Aber das war es hier leider nicht. Gut, dann haben wir hier irgendeine Veranstaltungshalle. Ja. Säle des Festes. Steht sogar was auf Deutsch drauf. Scheint aber in Frankreich zu sein. Aber es gibt ja auch ein Stück Frankreich, das mal früher deutsch gewesen ist oder so. So, mal gucken, ob wir die Halle hier... Ja, das ist die... Das ist eindeutig erkennbar, dass das die Halle ist. Auch wenn wir sie jetzt halt nicht von vorne sehen können. Weil wir eigentlich auf die andere Seite sein müssten. Aber da kommt man mit dem Street View gerade nicht hin. Aber ich sehe, dass es da ist und es ist auch kein Duplikat. Okay, also rein damit. Veranstaltungshalle, genau. Absenden. Ich mache jetzt nochmal ein kleiner Check. Sechs, oder? Ja, sechs. Also noch vier. Oh Gott. Das scheint ein altes Gebäude zu sein. Das überspringen wir. So, Monument. Ja, ein Denkmal. Ja. Das sieht zwar aus wie ein Kreisverkehr, ist es aber nicht. Das ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Das ist absichtlich so in die Mitte gestellt. Schauen wir uns vielleicht auch mal das Satellitenbild an. Das komischerweise komplett unter Bäumen sich befinden soll. Ah ja, doch, doch. Baum, Baum, Baum. Ja, es befindet sich unter Bäumen. Blöd. Wie sieht es mit Street View aus? Können wir da reingucken? Dann müssen wir mal hier hin. Wenn, dann müsste man hier reingucken. Da hinten sehe ich einen Friedhof. Also könnte das am Friedhofseingang hier im Vorhof sein wahrscheinlich. So ungefähr. Okay, dann kriegt es halt drei Sterne am Standort. Es ist kein Duplikat. Es ist noch nicht vorhanden. Aber historisch, kulturell und optisch einzigartig ist es. Denkmal, Plakette, Friedhof. Nein. Es geht ja hier nicht um den Friedhof, sondern es geht hier nur um das Denkmal. Und nur weil sich das auf dem Friedhof befindet, ist das meiner Meinung nach nicht die Kategorie Friedhof. Also die Franzosen lieben ihre Portaleingänge. Also das gibt es sehr, sehr häufig, dass sowas angenommen wird. Ja, sieht ja auch ganz hübsch aus. Geht halt Richtung Kunst. Wie so ein Wandbild, sagen wir mal. Aber man sollte halt schauen. Das Problem ist, dass das irgendwie schon so ähnlich da ist. Und ich würde sagen, das ist ein Duplikat. So, müssen jetzt noch zwei sein, richtig? Ja. Ah, ja, schon ein Prozent mehr. Ich habe gerade gedacht, es wären 74 Prozent vorher gewesen. Und jetzt, hä, 73 Prozent? Minus eins? Hatte ich jetzt auch noch nicht. Aber nee, war auch gar nicht so. Ich habe das falsch im Kopf. Gut, hier ist eine Karte. Nur, dass die Karte und die Bank genommen worden ist. Ja, das Foto würde jetzt eher so einen Abzug von mir bekommen. Finde ich nicht so gut. Das hätte man anders machen können. Dadurch ist die Karte ja auch so weit weg. Und auch nicht mehr mittig. Das finde ich ein bisschen schade. Aber deswegen würde ich es jetzt nicht ablehnen. Ich mache mal hier einen Stern weniger. Der Rest bleibt, wie es ist. Mal sehen, ob wir das wiederfinden. Ja, Standort stimmt. Kein Duplikat. Und der Rest passt auch. Geodechnisch... Nee, finde ich nicht. Ich würde hier einfach Navigationskarte nehmen. Was anderes sehe ich da auf dem Bild halt nicht. So. Und ab zum Letzten. Und zwar. Wieder ein Schild. Das hier eine Art Park ist. Und ich glaube, da kann man sogar vielleicht sogar was anpflanzen oder sowas. Ja, ist auf jeden Fall ein Racebot. Und das Bild ist fast besser als das da. Aber ich verstehe. Ich verstehe, warum das so fotografiert worden ist. Würde ich wahrscheinlich auch so ähnlich machen. Also. Jetzt erstmal den Standort ermitteln. Finden wir das Ding denn hier wieder? Nein. Das könnte aber sein, dass das neu ist. Das Holz sieht jetzt auch noch nicht so alt aus. Wir müssten im Endeffekt die Hintergrundhäuser... Ja, das hier. Das sieht aus, als wäre das da auf dem Bild drauf. Das ist der einzigste Hinweis, ob der Standort stimmt. Ja, da ist zu viel Sonne drauf. Naja, gut. Ich sag mal drei Sterne. Ich sehe es zwar nicht, aber ich glaube, dass es hier ist. Historisch-kulturell, optisch-einzigartig, sicherer Zugang. Und ein Hinweisschild. Den Rest würde ich jetzt mal sagen, nein. Okay. Tja, schade. Heute ein einziger deutscher Wazebot. Reicht mir deutsche Wazebots ein? Vielleicht liegt es einfach daran, dass die irgendwie alle wegbewertet werden. Und ich dadurch jetzt gar nicht so viel zeigen konnte. Hm. Mal sehen. Wie sieht es aus? Genau. Ein Prozent mehr gab es auf jeden Fall. Zehn Bewertungen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ansonsten schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei und in den Kommentaren. Und beteiligt euch gerne. Könnt aber auch auf dem Discord-Server bei mir in den Wavefaber-Kanal kommen. Da helfen sich die Leute auch gegenseitig. Und die Fragen werden immer recht schnell beantwortet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Informationen oder andere Kanäle von mir. Und bis zum nächsten Mal. Batsch!